Die Blume des Lebens Ich grüße euch mit dem göttlichen, schützenden Symbol die Blume des Lebens. Die Blume des Lebens ist uns bekannt als ein schützendes Symbol. Man nennt sie auch die Lebensblume. Im Englischen heißt sie Flower of Life. Die meisten kennen es als mystisches Motiv, aber die meisten wissen nichts über den eigentlichen Sinn. Es bedeutet Schutz und Harmonie, löst unsere Blockaden und lässt die Lebensenergie fließen. Die Lebensblume verbirgt schon eine gewisse Magie und steht symbolisch für kosmische Ordnung. Man bezeichnet sie auch als das Muster der kleinen Geometrie. Die Blume des Lebens ist ein jahrtausendealtes Ornament und man schreibt ihr eine harmonische Wirkung zu. Sie besteht aus 19 Kreisen, die miteinander verbunden sind und einander überlappen. So entsteht eine Art Blütenmuster mit 90 einzelnen Blütenblättern, umgeben von drei Ringen, die sie zusammenhalten. Es ist ein Symbol für Körper, Geist und Seele. Was aber steckt hinter dem Symbol? Weshalb hat es bei vielen Menschen eine spezielle, besondere Bedeutung? Das Symbol der Lebensblume kann die Grundlage für jede Existenz sein. Sie strahlt eine harmonische, schützende Wirkung aus. Sie steht für vollkommene Ordnung und für Unendlichkeit. Betrachtet man sie näher, entsteht das Gefühl, dass sie sich bewegt und lebt. Innerhalb der Blume ist beispielsweise der Würfel Metatron zu sehen, der sozusagen in der Blume versteckt ist. Mit dem siebten Kreis ist die Blume aufgebaut, die man die Saat des Lebens nennt. Dieses Symbol findet man auf vielerlei Gegenständen, die man zum Beispiel als Deko, Schmuckstücken und anderen Dingen erwerben kann. Es ist auch mein persönliches Symbol, das mich in meiner Arbeit und in meinem persönlichen Leben begleitet. Und auf meiner Homepage erscheint dies als mein Erkennungsbild. Es ist möglich, dass dies alles etwas abstrakt und theoretisch erscheint. Und trotzdem ist die Blume des Lebens ein beliebtes Symbol, auch wenn der eigentliche Hintergrund vielen Menschen unbekannt ist. Mit diesem schönen, schützenden Symbol schicke ich euch die göttliche Kraft. Eure Derea Eure Derea Eure Derea Eure Derea Eure Derea Untertitelung des ZDF, 2020